Hallo Freunde, hier ist wieder euer ShurTalk und damit herzlich Willkommen zu einem neuen Pokémon Karmazin und Purpur Video. Wir haben heute den 20. April 2023 und wie ihr bereits bestimmt gemerkt habt, gab es heute ein neues Update und zwar das Update 1.3.0. Müsst ihr installieren, ansonsten könnt ihr nicht mehr online spielen, aber das ist nicht Thema dieses Videos, sondern ich habe für euch ein neues Geheimgeschenk. Jawohl, genau zum Wochenende, genau richtig und zwar wie folgt. Ihr geht einmal ins Pokerportal, wie jedes Mal müsst vor eure Konsole allerdings von offline auf online schalten, ansonsten geht es natürlich nicht. So, ihr geht ins Pokerportal rein, dauert mehr oder weniger ein kleines bisschen und dann geht ihr hier runter auf Geheimgeschenk. Dann einmal auf Seriencode Passwort empfangen und dort tragt ihr folgendes ein. Einmal das R, dann einmal die Null, dann einmal das C, dann einmal das K, Rock, dann das A, dann das N, dann das D, also Rock, End. Und dann kommt noch das B, das A, das T, noch einmal die Null und dann das N. Das war es auch schon, jetzt bitte einmal auf OK gehen. Und dann sind wir auch schon ganz gespannt, was wir gleich für ein Geheimgeschenk bekommen werden. Na, was wird es denn heute sein? Wir bekommen ein Itemset. Ja, das kann alles bedeuten, vom schmalen Pokéball oder schmaler Sternstaub, wie wir es früher schon mal hatten. Na, das nagt immer noch tief damals, aber naja, sei es drum. Vielleicht auch was Braueres. Sei es drum, wir gehen einfach mal rein. Kleiner Trommelwirbel. Was bekommen wir denn heute auf dem Freitag? So, Geschenk wird abgeholt. Komm raus, du kleine Kiste. Mach auf den Deckel. Und was haben wir drin? Na, was wird es sein? Oh, gespannt. Los, komm, zeig. Du erhältst einmal die TM116 und einmal die TM132. Hm, nicht schlecht. Ich weiß bereits, was sich dahinter verbirgt. Ich gebe euch heute mal so ein kleines Rietzel mit. Ich könnte es jetzt sagen, aber bekommt es doch selber raus und schreibt es doch mal in die Kommentare, um welche beiden TM's es hier handelt. Ja, jetzt könnt ihr wieder rausgehen. Könnt ihr theoretisch das Ganze wieder von online auf offline bringen. Könnt aber auch online bleiben. Ganz wie ihr wollt. So, das soll es für heute gewesen sein. Bis die Tage, euer ShurTalk. Bye, bye.